auf aufnahme du bitch doch natürlich habe ich das auf aufnahme doch glaubst mir nicht ich zeig's dir blutlake alles klar zeig wenn du rausspringelst redest du nicht mehr mit mir doch ich hab vergessen wir gehen raus ich hab genau gesehen dass du rausgesprungen ja dann muss man reagieren ja da geht schon einer ich sehe ein wohinge weg ich in das mittlere haus oder ein zu den beiden gehen so ein team sich durch mitte dann gehen wir da und dann gehen wir da in die zuhause also ein team ist oder oder so zwei teams in der mitte einer kommt zu uns einer alleine ja ich geh hole mir gleich die kiste hier ich hab die pistol habe einen eliminiert reis hat der stolt oder sie gedauern er liegt es halt im fluss den sehe ich nicht mehr ja kein problem hier ist bei mir ich habe auch ein gedauert solche töten also ich kann sich mal aufnehmen ja du musst kurz offen aus dem dinge das fack mal ein bisschen rum hier ist irgendwo eine kiste hier hole ich mir weil ich nehme erstmal einen trank 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 oder ich habe doch gehört als wäre ich in der kiste also ich habe einen getötet hast du auch einen getötet ja ich habe auch einen kill jetzt ist eine kiste ah da alles drin ähm sollen wir noch darüber in das andere haus da war ich schon da warst du schon da komm ich her ja was machen wir dann weiß ich nicht so ein team ist auf jeden fall noch in der mitte ja aber eins haben wir nicht getötet wir haben zwei einzelspieler getötet ja ey echt ist der eine teammate auch correct ich habe ich weiß nein ich habe ihn ja getötet ich habe ihn gedauert und dann habe ich ihn getötet ey deswegen weiß ich nicht ob sein teammate tot ist ja aber nein ihn ich weiß aber dass du eingetötet hast ich habe gesagt da kommt ein team da kommt ein team da kommt ein team da kommt ein team wo 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 ich bin nicht bei dir schlecht wo bist denn du ey wir können ich kann dir halt nicht helfen so also ich kann dir nicht helfen ja cholesterol ist gut wir sind hier unten aufm steg hier unten aufm steg der haut sich hoch er kommt hinter mir glaube ich ist nicht wo die herkommen wenig sind ich habe die mal neben mir gehört die schritte ich wurde abgeschossen und wo von da drüben da drüben 222 hinter dem großen baum ja scheiße die uns ist andere team holt uns ich werde abgeschossen weg ab 1 ein team ist irgendwo noch ich muss ich mich hier ich muss mich hier verstecken ich muss ja 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 nimm den drang der krabbel darüber ja ja alles gut also lass ihn krabbeln müssen wo sein team ist ab beide weiß richtig nicht ob das andere team ist noch kommt warte hast du irgendwas zum heilen ja ein medipack würdest du mir das geben vielleicht ja eben doch jetzt ja tschüss ich weiß nicht was mit dem anderen waren das eine oder waren das ich habe nur eingesehen ja dann könnte das der eine gewesen sein weiß es nicht dass wir in die richtung hast du gerade gebaut so haben wir dahin sollen wir die richtung müssen wir auch in der zone kann sein dass es der war ich weiß ich bin mir nicht sicher hast du nicht das weiß nicht wie der aussage nee 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 sorry ich habe aber raketen aber die hätten keine raketenwerf da war hinter dem baum hinter dem hier 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 hinter dem hier doch dann kann es der gewesen sein ich sehe keinen woher gehen wir jetzt lassen wir den trailer fangen wir auch scheiße ist es nicht wilde towers lassen wir lieber die finger davon ja wohin gehen wir in der mitte nee das team in der mitte haben wir glaube ich getötet jetzt das war jetzt das glaube ich ja ich habe halt absolut krotz waffen ja hast du keine air doch aber 26 schuss drauf so warte ich kann dann schock doch was wir doch ein bisschen droppen ja dann dropp mal jungen ich habe keine shotgun außer die falsche muni ja aber die kann ich auch gebrauchen habe ich eine waffe äh das ist doch die buffe hier immer wieder das ist doch ok ich nehme noch die shotgun einfach mit warum jetzt können die eigentlich hier bleiben also ich habe ich habe fünf waffen alles gut ich habe zwei waffen aber das reicht auch naja eine schrotte was bist du beide sind grün also ich habe zwei grüne und eine pinke ja eigentlich alles gut wir müssen doch achten dass sie hinten keiner kommt der hast Türen sind zu und zu so ich bin gerade auch nicht gut so er war die Ecke der Treibnis das Treibende sein Team komplett zerstört haben schön hell ja wir sind noch voll gut drin wir hatten jetzt meine nächste Zone bewegt dich nicht so viel wir hören wenn jemand kommt ich bleibe einfach hier in der Post so ich hätte besser treffen können das ja muss ich sagen das hätte ich machen können ja der eine die eine stand halt da und ich habe ich habe kein header gegeben das war halt weil kacke ich lade mal kurz nach schön dass du auch erst nachgeladen und dann sagst dass man nachladen ich lade mal kurz nach LADE NACH ja hab alles nachgeladen ok ok hier wird nichts sein wir können lau wir können in die Zone moving wenn dann kommen die von hinten und deswegen ist es besser wenn wir jetzt erst laufen alles klar weil von vorne wird nichts sein die werden nur von hinten kommen deswegen würde ich laufen alles klar am on the way da hat ihm ist es nicht aber auch gedacht hat jemand geschossen auch gehört nee ich hab mich geschossen nee ob du es gehört hast nee ich hab's nicht gehört ich hab nicht geschossen weiß nicht ich bin noch 29 am leben was er weiter weg wahrscheinlich mal die tankstelle guck auf den park denke ich mal denke mal dass wir pläsen park ja guck mal ob der tankstelle noch was zum ja da ist tatsächlich was aber ist gescheit also wir sind jetzt hier gleich drin in der zone frag ist der berg ist nicht drin gar nicht der berg ist nicht drin nee wo wir jetzt hier laufen nicht wir sind weiter nach rechts wieder wir können ja mal drum rum laufen so ja ja aufpassen dass da hinten nix kommt weil da ist halt Tilted Towers ja dann lass es mal lieber richtung ja wir laufen jetzt hier berg rum ganz gechillt wir können ja ein bisschen ausschalten du krass ja ich wollte nur kurz das material wechseln ja der baum bewegt sich junge junge lass mal gucken ob hier lass mal hier gucken ob hier irgendjemand ist nee wir gucken jetzt hier nicht da ähm hat sich mal hochgebaut 340 340 ja ich seh warte mal ist es nicht so wenn du was abbaust dass dann alles an der Ack kaputt ist und ja dann lass mal unten drauf schießen aber es fliegt so weit weg ja rät runter der dürfte die dürften gestorben sein lass mal hinlaufen lass mal hinlaufen der ist gedau'n denk ich mal er ist direkt gestorben da unten ist einer der baut sich da Nordwest Marcel der baut sich da Nordwest seh ich nicht ich bin aufm Berg wo bist du aufm Berg? der ist genau bei mir Marcel Marcel schießt du auf den? oh ich hab einen ich hab einen gedowned Marcel wir sind genau wo wir sind oh Gott Hilfe 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 mach einen Granaten Raketenwerfer auf mich irgendwas Granatenwerfer hab ihn hab beide Marcel ich hab beide ich hab doch beide ist da ein Raketenwerfer ja da ist ein Raketenwerfer ja ok Entschuldigung da flog halt alles da flog halt alles auf mich zu das schießt aber noch hast du gehört da schießt noch jemand also ja ja ich rüsste mich mal aus ja rüsste dich mal aus wir sollten aber schnell weitergehen ja tun wir hier noch verbinde mit was schnell wir müssen weiter oh hier ist das nimm ne Granaten mit nimm schon den Granaten fern wir nicht mit doch können mitnehmen ich hab ihn ich hab ihn ja nimm mit wir müssen weiterlaufen das ist zumachen völlig können hier in das sind die häuser mal rein kämpfen ja ich will doch kurz dann mein drang nehmen wollte ich noch ja ich wollte dich nur erwähnen du wurde dran gibt mir den trank wie viel war du bist halt ein logo ja ich habe halt auch schon fünf kills ja ja du glaubst mir alle und bist nicht da wo ich bin ja aber komm doch jetzt mal hier hoch wird jemand geschossen ist so eine kiste irgendwo ja immer den trank bitte hier ist aber eine kiste oben denke ich mal wenn du was triffst treffe ich nicht aber egal ich hab ja auch noch ein schild oben ist auch noch ein schild hol dir mal das oben ja willst du granatenwerfer gerne es sind noch zwei kisten hier links rechts ja außer du gehst halt raus dann bist du so dass warte 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 doch warte ja ja ich weiß es ist nahe irgendwo jemand geschossen ja ja nachgeladen der ist nahe wir haben wir haben ein bissel gell die zone muss doch nicht und wir müssen ohne muss in 27 sekunden Ich hab noch's nachladen Der schweck Ich glaub der schweck Ist das eingesammelt? Geht bestimmt noch da Ja du hast bestimmt gehört, wir müssen hier runter Ja die Zone moved in den Sekunden So und mit die Moods und wir müssen Wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen Brenn Hi Ich hab halt wirklich nicht viel Schuss So an sich Oh man dann sag doch einen Sag doch früher Ich hab 184 Schuss Oh nice Meine Shotgun hat auch nur 8 Schuss Meine Shotgun hat 40 Schuss dann sag doch einfach was bevor wir hier rauslaufen Da braucht sich niemand Wir lassen uns raus Wir gehen einfach in die Zone Wir gehen hier rein Links, 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 links Die Häuser Und dann, ich hab ne Sniper Ja wir vercampen uns Dann geb ich dem Muni und dann ist alles gut Oh shit Fall, alter Komm in das andere Haus Wir gehen in das andere Haus Wir gehen in das andere Haus Komm 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 Ja jetzt bin ich schon da drin Warte Ja vorne raus komm vorne raus und komm in das andere Ich komme Mach die Tür auf, mach die Tür zu Ja 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 wir gehen hier hoch, wir gehen hier hoch Wir gehen hier hoch Hier ist noch eine Truhe irgendwo Komm ich erstmal hier rein Komm erstmal hier rein Ich dropp den Muni, ich dropp den Muni Ich dropp den Muni Muni und äh wenn Wär noch geil wenn du irgendwas zum healen hättest Ich hab ja Ja Komm doch hier ist doch Hier ist doch Danke Ähm ich hab noch ähm Ich hab halt noch Verbände Ja verbände ist okay dann kann ich mich kurz heilen Ich geb sie dir kurz zurück warte Ja Wir sind hier drin, wir sind hier drin Es kommt bitte 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 Das sieht gut so einen guten Yes Boah alter nice Warte ich geb dir die Ich geb dir Warte ich geh kurz Ich Ja Ich geh kurz raus Und guck Das Teddy mal hier abbauen Ey ich Ich muss mal hier die Ja mal Also Bei 112 Ist gebaut aber da ist keiner mehr Da baut jemand Nein Ich bin Ich hab gebaut Ich hab gebaut Oh Gott Oh ich hab auch einen Sniper Nice Ähm Ja Und hier haben wir noch ein Schild tragen Max Ich hab noch ein Schild tragen für dich Komm hier hoch Oh nice Komm hoch Ich glaub da hab ich grad jemanden gesehen Warte Warte Ich muss hier auch mal aufmachen Ich hab einen Granite Launcher Alter Ich muss hier hoch irgendwie Ähm Warte Warte da schießt jemand Ich muss Das Granatwerfer Ja Ja Schilder Schilder Oh shit Ja da schießt die Wo ist der Ja da ist Granaten Die fliegen aber nicht zu uns Alles gut Alles gut Öffne uns nicht Wallen ab Oh die könnte gut Die kommt gut Oh die kommt gut Junge Komm hier rein Oh Marcel Ja ne ist ja nicht so als Oh man Na super Ja Er hat mir keine mehr Er hat keine mehr Wo ist Wo ist denn der Alles gut ist vorbei Ich bin down Super Natürlich hab ich ihn Oh was Lebe mich auf Warte Und wo Der ist doch da drüben Ein grad nicht Marcel warte Da läuft jemand Da baut jemand Marcel da ist jemand Da ist jemand Da ist jemand Olli 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 Olli